Hallo meine lieben Freunde, da sind wir auch schon wieder hier mit einem neuen Part von Let's Play Stellar Blade. Wir sind jetzt hier gerade momentan bei einer kleinen Nebenaufgabe zugange, die wir ja vom Anführer der Sentinels Man erhalten haben. Und zwar sollen wir ja eigentlich ja hier irgendwelche Rebellen aufspüren und sind dabei eigentlich ja auf die Hinweise der sogenannten Ark gestoßen. Eine Art Zufluchtsort für alle, die tatsächlich lieber frei und in Sicherheit leben wollen, anstatt jetzt eigentlich ja hier in der Wiege eingesperrt zu werden, so wie die das jedenfalls zumindest sehen. Jetzt sind wir allerdings ja dabei, ein Passwort dafür zu finden, damit wir überhaupt Zugang dazu bekommen. Ich hatte zwar vielleicht schon eigentlich eine gewisse Ahnung, wo ich suchen müsste, allerdings naja, ist es schwierig erstmal die einzelnen Terminals dafür auch zu spüren. Da muss ich mich wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer umsehen, damit ich eigentlich auch überall hin kann. Weil ich bin jetzt nicht sicher, komme ich zum Beispiel da hoch? Gibt es dafür zum Beispiel einen Weg, dass ich mich da mal umsehen kann? Hm, möglicherweise, aber es ist gerade schwierig. Naja gut, ich seh mich erstmal noch in weiteren Bereichen der Stadt um. Vielleicht muss ich mir allerdings ja leider noch erstmal merken, wie ich hier weiterkomme. Was ist hier überhaupt? Oh, hier ist eine Kiste. Omnibolzen erhalten. Brauche ich überhaupt noch welche? Und Modifikation Risiko. Aha. Na gut, laufen wir erstmal weiter rum. Ich muss ja noch ein paar Terminals suchen. Irgendwo muss hier ja was sein. Also ich bin mir eigentlich ja ziemlich sicher, ich habe noch mehrere von denen gefunden hier eigentlich. Also ich bin mir sicher, ich habe mehr als nur dieses eine da gesehen. Wenn ich so darüber nachdenke, ich könnte mir eigentlich auch mal wieder eine neue Frisur für E4 aussuchen. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal konzentrieren wir uns erstmal darauf. Warte mal, da oben liegt ja noch was. Ach, eigentlich nur Polymermaterial. Verstehe. Tja, sonst habe ich hier gerade nichts. Merkwürdig. So groß ist da ja eigentlich ja gar nicht. Also es müsste doch deutlichere Hinweise geben darauf, oder nicht. Ah, hier habe ich ja zum Beispiel noch ein weiteres. So, das ist der Buchstabe K. So, habe ich hier noch was. Hier sind nur ein paar Leichen. Ein alter Automat. Und dann natürlich ja das Versteck von diesem Iron. Hier ist aber nichts weiteres, also nichts Außergewöhnliches zu entdecken. Ah, bei Mann. Jetzt komme ich wenigstens eigentlich auch endlich mal hier rauf. Mehr oder weniger zumindest. Oh, hoppala. Okay, da geht es anscheinend nicht rauf. Aber hier könnte was sein. Also hier ist zumindestens... Obwohl, nee, hier war ich ja doch schon. Ich bin dumm. Das ist ja eigentlich ja dieser Weg hier zur Gasse rauf. Ich dachte jetzt eigentlich ja, das wäre auch irgendwie jetzt so ein Ort, den wir noch gar nicht gesehen haben. Na gut, äh, genug Rungalbert. Ich würde mal sagen, wir werden uns weiter umschauen. Also ich muss ja noch vier weitere von den Terminals finden und das wird jetzt nicht so einfach. Warte mal, komme ich hier eigentlich rein? Nee, kann ich leider nicht. Was ist mit dir? Ja. Ja, wenn du mir helfen kannst, dann sag mir, wo ich diese anderen Terminals dazu finde. Na gut, ich schaue erstmal weiter hier rum. Also hier in der Ecke sehe ich jedenfalls erstmal nix. Ich schätze mal, ich muss nachher wahrscheinlich sowieso erstmal verschiedene Kombinationen probieren. Oh, warte mal, bin ich hier gewesen? Ja, war ich schon mal. Vielleicht sollte man nicht so hastig hennen, sonst übersehe ich hier wieder die Hälfte. So, da ist zum Beispiel noch ein weiteres Terminal. So, das ist ein E oder Epsilon, glaube ich, wie das hieß. Ich weiß es gar nicht. So, habe ich das eh damals früher eigentlich ja immer in der Grundschule geschrieben, zumindestens am Anfang. Jetzt irgendwie mache ich das ja natürlich ganz anders. Gut, bei Kaya ist hier sonst weiter nix besonderes. Sequenzia Salon. Das Problem ist ja jetzt natürlich, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich damit angefangen habe und wo es eigentlich weitergeht. Also ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich die jetzt alle hatte. Ich hoffe ja wirklich also, dass der Code automatisch jetzt eigentlich ja praktisch hier jetzt eigentlich ja sozusagen eingetragen wird. Also dass ich dann, also dass das System für mich jetzt merkt, also in welcher Reihenfolge der Code sein muss. Also sprich in, wie fern die Stadt jetzt hier im Uhrzeigersinn aufgebaut ist und die Terminals dementsprechend angeordnet wurden. Ich hoffe mal wirklich, das Spiel macht das. Also es wäre jedenfalls nett. So, den hatte ich ja schon. Hier liegt sonst erstmal weiter nix rum. Äh, warte, warte mal, kann ich mir... Ne, das kann ich mir nicht ansehen, schade. Na gut, sehen wir uns mal weiter hier um. Oh, wow. Oh, wow. Okay, hier. Hier unten sehe ich auch nichts Ungewöhnliches weiter. Im Krimerland ist hier eigentlich auch nichts. Oh Mann, das wird natürlich noch nicht so eine ganz einfache Geschichte hier. Ich kann wahrscheinlich noch etwas länger danach suchen. Das wird schwierig, habe ich das Gefühl. So, hier könnte ich ja noch was finden, eventuell. Hier zum Beispiel, genau, da ist erstmal noch ein weiteres Terminal. So, da ist das Alpha-Symbol. Also es könnte gut sein, dass wir eigentlich ja tatsächlich alle Symbole dieser Art hier finden würden. Gut, alles klar, fehlen jetzt noch zwei. Ein weiteres, da hätte ich vielleicht eventuell möglicherweise eine Ahnung, wo ich es finden könnte, aber es ist auch nur eine vage Vermutung. Und zwar hier unten vielleicht. Beziehungsweise auch sogar hinten bei unserem Unterschlupf ist ja auch, glaube ich, noch was gewesen, vielleicht, eventuell. Da war ja noch so ein Gang nach unten. Hier ist ja zum Beispiel auch noch was, aber da sieht es ja weniger aus, als ob hier noch ein Terminal rumliegt. Das sieht da schon eher mehr danach aus, also der Landeplatz vorm Unterschlupf. Habe ich ja eigentlich auch mal letztens so durch Zufall entdeckt, dass hier noch so eine Leiter nach unten führt. Allerdings, naja, vielleicht ist ja hier noch ein bisschen mehr. Oder auch nicht. Hm, okay. Das war also kein Erfolg. Dann also zurück in die Stadt rein. Also ich muss da noch mal ein bisschen genauer gucken. Ey, da unten. Komme ich da hin? Also da blinkt es zumindest etwas verdächtig. Vielleicht könnte da ja was sein, was wir suchen. Obwohl, ne, da war ich doch schon, oder? Ich weiß es nicht. Mann, ich bin verwirrt. Ey, ich raff da gerade gar nichts. Was ist das hier alles bloß? Ne, das ist ja eigentlich bloß dieses Versteck. Ich weiß nicht, wem genau es gehört. Ist aber auch auf jeden Fall ein Unterschlupf von jemandem. Das ist klar. Hm, also hier sehe ich jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Also kein Terminal dieser Art. Ja, und keine Sorge, die Standorte habe ich mir ja gemerkt. Und außerdem, man sieht es ja auch dann sofort, sobald wir eigentlich ein Terminal finden, das wir schon bereits benutzt haben. Was ist das hier überhaupt? Naja. Ich höre dazu keine Erklärung oder sonstiges. Das hier ist einfach nur so ein alter Arcade-Automat und der ist leider außer Betrieb. Für wer weiß wie schon lange, ne? Ich höre dazu keine Erklärung. Tja, nix. Also gut, wo könnte ich jetzt eigentlich noch gucken? Ja genau, ich glaube in der Bar könnte ich noch nachsehen. Das ist nicht die Bar, wo bin ich hier gerade? Wo war die denn jetzt nochmal? Ich glaube hier lang, ne? Warte mal, bin ich hier schon gewesen? Okay, er schmeißt nichts raus, schade. Wie schaut es hier aus? Nö, in der alten Kneipe ist nix. Und hier in der Ecke findest du auch nichts weiter. Na gut, schauen wir uns mal hier unten um. Vielleicht habe ich hier ja noch etwas. Also hier noch so eine Art Geheimterminal. Sieht aber eher weniger so aus. Und hey, da sieht man es ja schon, da ist Enya und ja. Tue ich gar nicht. Okay. Ah, Eve, falls du Sue unterwegs nochmal besuchen könntest. Aber es würde jetzt bei ihm nicht alles in Ordnung sein? Ich mache noch Spaß. War anscheinend nicht lustig. Nö, nicht wirklich. Naja, aber auf jeden Fall... Scheint ja jetzt alles gut bei ihr zu sein. Ich meine, sie hat ja immerhin auch neue Beine bekommen. Was ja eigentlich auch erstmal schon mal gut ist. Ich frage mich ja, ob da noch irgendwie noch mehr irgendwann mal noch dazu kommt. Also wir haben eigentlich ja zwar diesen Teil der Geschichte gut abgeschlossen, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt noch irgendwie was darauf zu. Ja, okay. Erstmal Enya und Sue mal außen vor. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo das nächste Terminal ist. Warte mal. Hier komme ich nicht rauf, ne? Nein. Und sonst sehe ich auch nichts Ungewöhnliches hier. Also ich komme auch nirgendwo weiter. Wo könnte ich noch gucken? Also hier habe ich jedenfalls nicht so ein Terminal gefunden. Ah, da lag Geld rum. Ist das einfach so eine Art Wunschbrunnen? Okay. Ah, hier ist ja der Typ mit dem Teddys. Ah. Wäre vielleicht keine schlechte Idee, mal wieder das Teddybärkostüm anzuziehen. Das sah irgendwie schon richtig niedlich aus. Aber mal gucken. Also erstmal will ich ja natürlich eigentlich erstmal neue Outfits ausprobieren. Also alles, was ich an neuen Outfits bekomme. Ach, hier ist noch eine. Den hatte ich tatsächlich noch gar nicht. So, das ist dieses Symbol. Okay. Fällt aber auch nicht weiter auf. Warte mal, hier in die Ecke rum. Ah, hier ist es. So, damit hätten wir alle sechs Hinweise zusammen. So, welches ist das letzte? Das ist das hier. So, was war eigentlich die Mission? Löse das Rätsel der Ark. Mhm. Also es wurde ja gesagt im Uhrzeigersinn. Jetzt muss ich mir allerdings natürlich mal merken, welche Sachen wir haben. Obwohl, wir haben ja einen Hinweis. Pass das System, das in der Außenseite der Ark installiert ist. Mhm. Genau. Dreh dich, Sion, im Uhrzeigersinn. Lösen Sie das Rätsel des Ark-Systems und überzeugen Sie sich von der Sicherheit unserer Ark. Äh, ja. Da müssten wir erst mal gucken. Also, wenn das hier eigentlich ja tatsächlich so ist. Also im Uhrzeigersinn. Müssten wir eigentlich ja nochmal so gesehen, eigentlich ja alle Sachen nochmal neu machen. Also, warte mal kurz. Also, erstmal. Wenn wir jetzt eigentlich ja mal davon ausgehen, hier ist Norden. Könnte der tatsächlich der Anfang sein? Das wäre eigentlich ja schön, wenn ich eigentlich ja tatsächlich alle hier eigentlich ja in einer Reihe hätte. Oh, warte mal. Hier liegt ein Roboter in der Kiste. Oh, neuer Zugangscode. Memoria Plaza. Ah, gut. Den können wir nachher auch noch benutzen. Also, wenn wir jetzt noch eigentlich ja nochmal danach gehen. Also, hier war ja zum Beispiel der erste. Warte mal, erstmal können wir ja das hier machen. Das ist bestimmt der Code hierfür. Sag ich doch. Hm, okay. Nano-Elemente. Und zwar viele. Ja, wie gesagt. Ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, in welcher Reihenfolge ich jetzt die ganzen Codes machen soll. Ich meine, ich könnte ja natürlich eigentlich ja verschiedene Varianten rumprobieren. Aber gerade bei sechs Codes, das wird ein bisschen dauern. Also, bei sechs einzelnen Buchstaben. Ich meine, ich kann ja eigentlich ja mal versuchen, das so zu machen. Also, erstmal das. Das. Dann hatte ich den hier gehabt. Das. Also, ich nehme jetzt mal eigentlich ja die Reihenfolge, die ich ja jetzt hier selber notiert habe. Das ist aber schon mal falsch. So, das wollen wir mal gucken. Dreh dich, Saiyan im Uhrzeigersinn. Lösen Sie das Rätsel des Puzzle-Systems. Wie gesagt, dafür müsste ich erstmal eigentlich ja nochmal herausfinden, wo alle Terminals davon sind. Es wäre ja schön gewesen, wenn ich wenigstens eigentlich ja alles hier mal... Aha. Okay, Arctag. So, damit haben wir auch eigentlich erstmal den Code hier zusammen. Ja, aber gut, das bringt mir aber nicht viel. Ich meine, ich könnte ja eigentlich ja mal versuchen, mir die einzelnen Standorte mal zu merken. Beziehungsweise, ich könnte sie mir auf der Karte markieren. Vielleicht mache ich mir am besten mal einen Screenshot davon, damit ich überhaupt eigentlich ja weiß, wo die einzelnen Standorte sind. Und, dass ich mir einen Screenshot von der Karte mache, nochmal alles eigentlich ja durchgehe und die einzelnen Stellen markiere. Zusammen natürlich mit der Codezahl. Und dann einfach natürlich hier gucke, was wir eigentlich ja so alles haben. Also, dass ich mir jetzt eigentlich ja jetzt hier tatsächlich eigentlich ja... Ich muss das eigentlich ja dann eigentlich auf diese Weise machen, aber es ist schwierig. Also, was habe ich hier notiert? Also, hier war ja eigentlich ja tatsächlich erstmal der Buchstabe... Also, der Kreis mit dem... Ja, mit dem Ding hier drin. Dann müsste ich mir mal wahrscheinlich erstmal eigentlich ja so auf das Bild notieren, damit ich da überhaupt da rankomme. Wundert euch jetzt nicht, dass ich jetzt hier gerade nichts im Spiel mache. Ich wäre jetzt hier gerade dabei, in so einem... Ja, so einem alten Zeichenprogramm eigentlich ja mal hier mir den Screenshot zu bearbeiten. Habe ich jetzt eigentlich ja kurz mal einen Screenshot von der Karte gemacht. Und jetzt werde ich nochmal kurz mal alle Terminals hier abgrasen und... Diese dann mit dem Screenshot hier abgleichen, damit ich erstmal weiß, wo ich hin muss. Das sollte eigentlich ja tatsächlich der sinnvollste Trick dahinter sein. Natürlich erstmal wieder herausfinden, wo waren die Terminals nochmal? Also, hier hätten wir erstmal zum Beispiel noch dieses Terminal. Das ist... Auf der Karte hier unten. Also, ungefähr auf der Stelle, wo ich das jetzt hier habe. Also, da, wo ich ja jetzt gerade bin. Und da war jetzt eigentlich ja nur dieses R-Symbol. So, dann hatte ich ja noch eigentlich ja erstmal das eigentlich ja bei den... Äh, bei den Hand... Bei den Händlern, also bei Sisters Strunk und so weiter. So, hier war ja nur die Bar. Das hatte ich hier nicht. Das gibt's nicht. So, hier war ja auch noch einer. So. Das ist eigentlich ja der Standort hier. Also, ungefähr etwas unter dem... Teil. Unter dem hier. Also, unter dem Schnellreise-Teil. So, da müssen wir nochmal kurz gucken. Da muss ich dann notieren. Das war... Das war das U. Also, das P-Symbol, glaube ich, ist das. Ich... Ich hab keine Ahnung. Oder... So, dann. Okay, weiter geht's. Sisters Junk. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Also, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. Also, Sisters Junk Terminal. Das war hier unten. Oh, hoppala. So, wenn ich das jetzt eigentlich ja hier notiere, das ist tatsächlich diese offene Fläche. Und da war eigentlich ja nur das E-Symbol drauf. Okay, aber irgendwie scheint die Reihenfolge doch noch nicht so ganz zu stimmen, oder? Also, wenn ich jetzt eigentlich mir so die Standorte so ansehe, wo ich jetzt hier die Notizen dafür mache... Das sieht ein bisschen durcheinander aus, also es ist schwierig, jetzt eigentlich ja da die richtige Uhrzeit zu finden. Also, wenn ich im Uhrzeigersinn gehen soll, dann ist es schwierig, eigentlich ja jetzt da die einzelnen Standpunkte zu machen. Standpunkte, wo muss ich jetzt noch lang? Also, wo waren jetzt die anderen nochmal? Ja, hier zum Beispiel nicht. Warte mal, liegt hier noch irgendwas rum, was ich gebrauchen kann? Nee, eigentlich nicht. Sieht auf den ersten Blick wie so eine provisorische Werkstatt aus. So, hier war ja noch eins. So, das Alpha-Symbol, das war hier unten. Das ist ganz unten hier. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt eigentlich ja mal so die Standorte eigentlich ja von den einzelnen Terminals hier ansehe, also, ähm, ja. Also zumindest die, die ich ja jetzt bereits habe. So, dann gucke ich nochmal in der Nähe vom schwarzen Brett. Es ist schwierig, jetzt da eigentlich ja die richtige Reihenfolge nochmal zu ermitteln, weil manche davon sind eigentlich ja eher mehr wirklich irgendwo in der Mitte drin. Also, wenn man mir sagt, geh nach dem Uhrzeigersinn, dann ist es ja natürlich für mich klar. So, war das hier? Nee, noch nicht ganz. Hätte ich mal vielleicht vorher mal machen sollen. Okay, hier ist das nächste Symbol. So, da ist in der Ecke eigentlich ja nur das K-Symbol gewesen. So, gut. Ich habe jetzt in meinem Screenshot jetzt erstmal alle Daten dafür zusammen. Dann wollen wir mal sehen, was es mir bringt. Und, also, wenn ich jetzt eigentlich ja das jetzt eigentlich ja in der richtigen Uhrzeigersinn so machen sollte, wäre das ja eigentlich, also, äh, ich zeige es euch gleich. Also, ich kann jetzt eigentlich ja die einzelnen Symbole natürlich nicht beschreiben, weil ich mich mit griechischem Alphabet so gar nicht auskenne. Außer nur, dass ich weiß, dass das ein griechisches Alphabet ist, aber, naja, das alleine bringt mir ja nicht viel. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Also, dann gucken wir mal. Also, wenn das jetzt eigentlich ja stimmt, was ich jetzt hier vermute, dann müsste das erstmal so sein. Dann kommt das. Dann kommt eventuell das hier. Dann kommt das Alpha-Symbol. Dann kommt das E. Dieses E-Symbol. Und dann zum Schluss das hier. Und es war richtig. Ja. Ja, das werden wir tun. Allerdings würde ich mal sagen, erst im nächsten Pant. Also, vielen Dank dann wieder fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Stellar Blade. Und wieso habe ich jetzt auf einmal mehrere Ziele dafür? Das werden wir dann herausfinden. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!